Prozent 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 Klinik da bin ich doch glatt an der Decke Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land ich muss jetzt mal gucken am Computer erstmal muss ich hier bisschen ins Bad bisschen Wasser ins Gesicht blitsch platsch ist ja nicht hier geputzt ratsche ratsche gut so ein Käffchen so jetzt können wir an den Computer gehen gucken wir mal gerade wie weit unser Feld ist das ist immer noch nicht andere nein oder okay da habe ich wenn ich es noch ein bisschen Zeit hat die 120 habe ich auch noch in der Pacht und ich muss mal den Jürgen anrufen Hallo ja Jürgen ja habe ich die 120 auch noch in Pacht näher oder eigentlich ja nicht ähm da war was drauf zeig den an Tabak eigentlich habe ich den nicht mehr in Pacht bin mir auch nicht bewusst dass wir die angesäht haben ne weiß aber nicht ob der Albert das angesäht hat ja eigentlich wie gesagt haben wir die nicht mehr in Pacht glaube ich die 106 läuft noch auf uns und okay dann lösche ich 120 aus Jo mach mal ich dass hier Pachtgebühren anfallen und ich davon nix weiß ja ja okay passt schon gut vielleicht hat sich auch für anders gemietet Pacht äh Pacht kann auch sein glaub ich aber nicht glaube ich auch nicht jo ich frag mal nach g pot bis denn nun Bescheid geben Prozent tatsächlich habe ich keins E heute nicht aber die Röder mit Anhänger mehr als leider nicht Prozent er kann er hinter eine Expresslieferung machen natürlich bestimmt als kurz großartig Morde ja eigentlich schon er dann würde ich dir relativ bald ist dem hochfahren das andere Schneidwerk ja werden wir so langsam hier ich bringe das andere hoch und hol dann das die Übung beim Händler ab wenn es geht ja danke tschüss bis ich weiß gar nicht wie schnell läuft in die Kiste 63 eigentlich muss ich ja doch aufpassen so gut dann wird man das nämlich machen damit wir den Tabak nahe ernten können und dann muss ich natürlich auch noch in den Wald fahren ich weiß nicht oh ich muss den links anrufen den Blaubeer dann kann man klingeln lassen hier blaubeer hallo äh mit welchem Blaubeer spreche ich denn jetzt mit dem Jörn Blaubeer hallo hallo äh der Feuer war ohne hier jo äh ihr Bruder hat er angefragt wegen den Leerpaletten ja den Preis äh ich würde ihm ein Einsteiger Angebot machen von 500 Euro pro Palette ja er hat ja 5 5 Paletten angefragt ja ja dann nehmen wir die 5 Euro jo kommt allerdings dann wären wir bei 5 äh 2500 kommt noch 10% Steuer oben drauf also wären wir bei 2750 dann ja machen sie 27 passt schon ja wunderbar ja dann würden wir 5 Stück nehmen ja der Jürgen soll die abholen hat ihr Bruder gemeint ja genau richtig äh dann geben sie dem einfach den Auftrag und wenn der dort ist soll er mich anrufen ja super machen wir jo gut dann Dankeschön danke auch tschüss tschüss so weil dann kann ich nebenbei noch meine Sachen abarbeiten folge war ohne hallo 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 müller hier ja moin äh beim Wasserweg ist die Holzkohle alle ja würden gerne alles was sie an Holzkohle haben aufkaufen ja ich bin gerade unterwegs zum Händler wenn ich zum L.U. wenn ich dort bin würde ich gucken oh da steht eine Polente rum äh wenn ich dort bin würde ich gucken wie viel ich hab und dann würde ich mich bei Ihnen melden ja mach mal also sie können gerne schon runter fahren aber ich weiß noch nicht wie viel sie ist dem Wasserweg äh dem Händler nee holen sie das Zeug ab äh wir haben nisch zum abholen da ich weiß nicht wie das letztes Mal gelaufen ist ähm letztes Mal hat das der Wazex was soll ich geliefert ja dann klären sie das mit dem ob er das macht ähm ja ja ich klär das mit ihm ab kurz und dann äh sagst du mir halt nur noch Bescheid wie viel wie viel du grad hast Herr Müller ja weil wann sind wir per Du ich hab mich grad versprochen tut's mir leid ah ich dachte die sind immer so respektlos nein ah ok äh ja ich soll ich mich melden wenn ich weiß wie viel ich hab ja gut dann machen wir so gut vielen Dank danke bis später tschüss zöre zöre dürste wäre was weiß nicht mal wie der aussieht So, dann fahre ich mal kurz. Dann schneiden wir weg und dann schauen wir mal, wieviel Kohlepaletten wir haben. Ich glaube der Preis war 2,5 plus Steuer, ich bin mir aber gerade auch absolut nicht mehr sicher. Ich meine aber das ist so wahr. Hoffentlich haben die schon offen beim LU, sonst stehe ich da gleich vor verschlossener Tür. Das wäre leidlich ungesiebt. So. Ah, passt. Hallo, hier ist der Neumann. Jo Neumann, ich stehe bei dir am Hof. Jo, was ist los? Wo soll ich denn das Schneidwerk hinpacken? Ich stelle einfach ein bisschen am Rand. Hat das geklappt in der Express Lieferung? Weiß ich nicht, das macht mein Co-Chef. Ich hoffe mal, dass der das Ding aber jetzt nicht abholt, ne? Ne, das nicht. Ok. Der ist jetzt bei mir. Ja. Gut. Dann bis später. Bis später. Ich guck mal ob der Händler das schon hat. Jo. Tschö. 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 Ja, wenn ich beim Händler Wartezeit habe, dann kann ich ja in Ruhe nach dem Kohlen gucken. Ich muss unbedingt die Kartonproduktion anwerfen. Da wollen sie ja auch fünf Paletten haben. Und ich bin heute alleine oder die Woche alleine. Der Albert, der irgendwie hat sich krank gemeldet. Bzw. er ist krank, hat sich nicht mal krank gemeldet. Ich weiß nicht, ob ich dem eine Abmahnung geben soll. Bin nicht dritter Arbeitstag. Spätestens heute müsst ihr eigentlich die Krankmeldung eintreffen. Ah, ja. Wenn man sich nicht mal mehr auf seine Mitarbeiter verlassen kann, auf jeden Fall dann. Hallo? Äh, hallo? Hallo? Hallo Herr Rona, Björn Blaubeer hier. Ja, mein Handy hat gerade so komische Töne gemacht. Ja, das könnte man klingeltot sein. Ah, okay. Mein Bruder hatte mich angerufen. Er sagte, er hätte auch mit Ihnen über Kartonpaletten gesprochen. Ja. Gibt es aber erst heute Abend. Ach so. Okay. Hoffe ich. Ja gut. Alles klar. Dann weiß ich da Bescheid. Also. Abend, Abend. Okay. Danke. Tschüss. Ach, ist ein Händler, ey. Aber naja. Habe ich Zeit, um das Tablet zu gucken? Ähm. Ba ba ba. Holzkohle. Die ist aus. Die Produktion ist aus. Och, Mist, ey. Die. Haben die jetzt schon das Wasser geliefert? Nee, natürlich nicht. Leerpaletten hätten wir genügend. Okay. Warum das jetzt natürlich nicht funktioniert, kann ich nicht sagen. Ähm. Ah, wahrscheinlich habe ich schon welche ausgelagert. Äh, Sägebirg. 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 Ja. Das hängt an den Hackschnitzel. Äh. 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 Ey, wenn der das, wenn der das nicht beibringt, ey, dann rast ich aus. Alter, dann geh mir ja nicht ran, hey. Nein, mein Herr. Wo sitzt denn der rum? Büro ist er nicht. Sitzt bestimmt bei der Helga drüben und Festsport oder so. Oder sitzt er zu Hause noch? Hecke schneiden könnt ihr auch mal wieder. Hallo? Hallo? Keiner da. Ich habe keine Zeit, ey. Nichts los hier. Ich weiß nicht, wie der sein Geld verdient. Im Schlaf wahrscheinlich. Oh, warte mal. Ich könnte ja mein Glas hier mal waschen. Wenn da schon... Ach, der hat die Pflegebereifung drauf. Deshalb fährt er sich so komisch. Ich kann wasch hier einfach mal meinen Drecke hier. Kann ja auch nicht schaden, ne? Ich kann es erst hier fertig machen. Volker Varuna, hallo? Hallo, Herr Varuna. Ja, ich stehe bei Ihnen am Hof. Beim Händler. Äh, gar. Der Neumann wollte einen Dingsdar bestellen. Ja, die sollten jetzt auch gleich um die Ecke kommen. Ah, okay. Dann gucke ich gleich mal nach. Ja. Gut. Gab es sonst noch was? Ne, das war's. Ich war voll mit dem Herrn... Ähm, wie heißt er denn, Neumann, halt in der... Elfergang. Alles kommt ja hier per Express außen, nach Bord. Ah, okay. Ja, dann ist er gut. Oh, ja, gut. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss. In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Und schaut gerne morgen um 16 Uhr wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.